Sie selbst oder ein Angehöriger sind plötzlich pflegebedürftig geworden? Und Sie haben sich entschieden, einen Pflegedienst zu engagieren, der Sie zu Hause unterstützt? Wer in einer solchen Situation ist, hat viele Fragen. Der Pflegeplaner der Weißen Liste hilft Ihnen. Wobei kann mich ein Pflegedienst eigentlich unterstützen? Mit dem Pflegeplaner können Sie ermitteln, wobei Sie im Alltag Unterstützung brauchen. Der Planer schlägt Ihnen Leistungen vor und Sie können entscheiden, welche zu Ihrer persönlichen Situation passen. Denn Sie bestimmen später selbst, welche Leistungen der Pflegedienst erbringen soll. Welche Kosten kommen auf mich zu? In der Weißen Liste können Sie planen, wann der Pflegedienst zu Ihnen nach Hause kommen soll. Soll Ihnen der Pflegedienst zum Beispiel morgens bei der Körperpflege helfen? Soll er Frühstück machen? Oder Sie an einem bestimmten Tag zum Arzt begleiten? Sie stellen eine Wochenübersicht zusammen. Ihren persönlichen Pflegeplan. In der Wochenübersicht können Sie sehen, welche Kosten entstehen und wie viel Sie im Monat selbst bezahlen müssen. Der Pflegeplaner zieht automatisch die Leistungen Ihrer Pflegestufe ab und zeigt Ihnen Ihren Eigenanteil. Und wie gehe ich weiter vor? Ihren persönlichen Pflegeplan mitsamt den Kosten können Sie ausdrucken und als Grundlage für das erste Gespräch mit einem Pflegedienst nutzen. So sind Sie gut vorbereitet und können mit dem Pflegedienst gezielt besprechen, welche Leistungen er erbringen soll. Übrigens, der Pflegeplaner der Weißen Liste ist das erste Angebot dieser Art. Das Portal ist unabhängig und komplett werbefrei. Unser Anspruch ist es, Sie immer aktuell und verständlich zu informieren. Die Entwicklung wurde unterstützt vom Bundesverbraucherministerium. Untertitelung des ZDF für funk, 2017